Musik 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 Ja, jetzt ein ganz schönes Hallo, jetzt ein Frühstück Ja Ehrliches Wetter bestellt Unser Weg schaut jetzt so aus, da können wir von der Straße ein bisschen weg gehen Wenn Sie da rauf schauen, dann seht Sie da oben so eine flache Hütte drinnen stehen dort, wo die paar Beine oben rauf noch stehen In der Hütte, genau unterhalb von dem breiten Einschnitt, wenn man gerade runter geht Jetzt sind wir die Hütte Wir gehen jetzt auch an der Hütte vorbei Wir halten uns dann links von dem trockenen Bachbett, wenn da runter kommt, geht es dann links zu den Felsen rüber. Wir sind dann auf diesen Grasbändern unterwegs, die dann immer weiter nach links rüber führen, wo man dann die größeren Grasflächen sieht. Und auf denen geht der Weg im Zippzack rauf und irgendwann verfliegen wir dann noch hinten hinter den Rücken rein, so in halber Höhe da drinnen dann von der Wand, werden wir dann wahrscheinlich die ersten Steinbuckbegegnungen haben. Ja, wir gehen ganz gemütlich. In der Gruppe, es ist jetzt bis zur Hütte, gehen wir eigentlich einen Zufahrtsweg, eine Zufahrtsstraße, eine Schotterstraße rauf, 20, 25 Minuten. Dann steigt es langsam hinten gemächlich an und dann kommen wir schon in die Südwand rein, in das Zimmer. Wir ziehen die da runter. Beziehen die da runter. Wir ziehen die Rücken hin und ziehen die Rücken hin. Wärts und klein, die Rücken nicht hin. Schöne die Rücken hin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020